Es ist Rodo. Herzlich Willkommen aus Kampstadt. Es ist heute der Donnerstag, der 14. Juli, Hand vor Mumbai Bombas. Nur um Ihnen zu zeigen, wir sind ja wirklich live aus Kampstadt. Es ist wieder einer dieser typischen Wintertage mit einem etwas bescheidenen Wetter. Aber ich bin hier auf der einen Seite sehr gerne, auf der anderen Seite wäre ich lieber in England bei den British Open. Weil, anyone can win the Open. Anyone. Also ich wollte gerne mitspielen, ich war ja eingeladen. Colin Montgomery habe mich selber eingeladen. Ich musste leider absagen, weil mein Freund Fritz, der Multimilliardär, Drucker-Dinastie aus Wien hat Geburtstag. Und ich habe ihm versprochen, da zu sein. Ich habe ihm gesagt, Fritz, wenn ich zu deinem Geburtstag komme, verzichte ich auf die Gage und auf die Melka-Punkte. Dann hat Fritz gesagt, ich scheiße dich zu mit Melka-Punkten. Ich scheiße dich zu. Egal was es kostet, ich möchte, dass du bei meinem Geburtstag da bist. Ja gut, habe ich gesagt, wenn du mich mit Melka-Punkten zuscheißt, dann, ich hätte gemacht, 280.000 Melka-Punkte. Dann wäre das in Euro 280.000, dann habe ich gesagt, kein Problem. Wir haben jetzt hier seine Geburtstag gefeiert. Leider darf ich nicht filmen, die ganzen Gäste, die hinten sitzen. Das ist der Polo Mugala, der Polizeiminister ist da von Cannstatt, der die Security alles organisiert hat. Aber ich habe versprochen, nicht zu filmen. Ich habe vorher mit dem Chief Executive Security gesprochen. Er wollte sich auch nicht filmen lassen. Das war's. Fritz W., Multimilliardär-Drucker-Dinastie aus Wien, feiert seine Geburtstag in Cannstatt am 14. Juli. Und wir sind wieder live für Sie in RTL dabei. Tschüss.